Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut a cut Niels! Hallo! Los! Ole, ole, ole! Eieiei, da sind wir kompliziert aus hier Ich sehe viel besser als du Ach, geh mal da drauf Danke Danke Sorry, muss da einfach sein Ja, Alex, ich denke, ich bin witzig Jetzt mach Was soll ich denn hier? Auf die Scheiße! Ich bin da einfach nur gegen Ja, mach mal Okay, äh Ja Hier oben Was denn das? Es muss Laser rein, ne? Ja Stopp Und da ist auch ein Knopf Dreimal Laser Oh, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll Ja, da oben musst du nix machen Also hier Ja, hier ist gar Hier ist auch ein Knopf Hier kommt ein Cube raus Wuhu! Wuhu! Hallo! Warte mal, da kommt ein Cube runter Wenn ich hier drauf drücke Komm ich überhaupt da rüber, Alter Wo kommt ein Cube raus? Drück da auf den Knöppel Äh, bin ich blöd Komm ich da runter? Da ist der Cube Klatsch Hä? Ich check schon gar nicht, was ich am Anfang machen muss Was wollen wir denn mit dem Cube machen? Okay, hier muss auch irgendwas gemacht werden Warte mal, hier gehen die Dinge jetzt runter Ah, ich, ich weiß glaube Wir müssen an den Knopf Geh nochmal hoch Dann springst du durch mein Portal runter Da Da Und Dann musst du genau Du fliegst gleich hoch Und musst Und musst Einen Knopf drücken In der Luft, wenn du ganz oben bist Wuhu! Das war knapp Wuhu! Okay, okay Bleib dir jetzt filmaktiv und nehmen wir dann Und weg Aber Dann fliegst du ja wieder runter Dann musst du versuchen Das Loch wieder zu treffen Und dann wechsle ich schnell da drauf Und fliegst drüber Ah, okay Warte mal, welches Warte mal Links, okay Ich muss links ändern Ja Ah, okay Hier muss eine Kugel hin Hier muss ein Würfel hin Ja Ja, okay Dafür brauchen wir Würfel damit die Leiter ist Was macht der da? Hier ist irgendwas mit Laser Okay, das macht das weg Dass man das durchschießen Aber hier ist nix wo ich irgendwas Doch, hier kann ich irgendwas gegen schießen Okay, aber Ich habe immer noch keine Ahnung wie ich an die Würfel rumkommen soll Aber hier ist was Wo flieg ich damit denn hin Knall ich doch einfach nur gegen oder ne? Mach mal Oder sterbe ich einfach nur Oder schieß mich das extra hoch Okay, ich komme ganz hoch Okay, okay Dann kannst du jetzt den Würfel mal fangen Moment, wo fällt denn da lang? Ah, da unten, okay Das ist ja so ein Umleitungswürfel für Laser Warte mal Okay, bei den Lasern bringt das nicht Bei den... Mal oben... Mal wo ist denn hier ein Laserstrahl der irgendwo rauskommt? Irgendwo? Also ich habe keinen gesehen Und wie... Wie machen wir das hier überhaupt? Ja, da... Guck doch mal Es geht hier immer diese Streifen Kannst ja verfolgen Dann siehst du was da unten ist Ah, da, stimmt Lass mich nochmal hoch Leg den mal hier so lange drauf Dann... Das hier, ey Ich schaff den Spur nicht Lass mich aufregen, dass wir den nicht sprinten Okay, also diese komischen Laser werden von dem Ding hier gemacht Muss ja ein Laser... Ne, was muss da rein? Ein Laser Ein Laser rein Aber wie aktivieren wir den den Kram denn? Wie kommen wir denn da rüber? Ja, keine Ahnung Okay, wir müssen da was rein machen, damit hier die Dinger... Und da müssen wir auch was rein machen, damit wir an den Schalter... Ja, aber wo kriegen wir irgendwas her zum reinmachen? Ich habe noch nichts gesehen Hier ist... Ah... Okay, einen Laser würden wir nur nach oben kriegen, wenn wir da einen durchkriegen und den dann hier oben mit dem anderen umhängen Das wäre die einzige Möglichkeit Ja Dann schieß mich nochmal eben rüber So... Vielleicht müssen wir auch beide rüber Aber was ist das denn hier? Ne, Moment da... Okay... Ja, aber es geht ja weg... Ja, ich glaube... Ah, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ja, wir müssen ziemlich sicher beide rüber Nein Hier ist nämlich ein Laser Muss da oben was drauf liegen, siehst du das? Ja, das ist ein Knopf Nur ein Knopf, bleibt der dann für immer? Das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht, ne? Wir können den, den Kram... Ja, aber das funktioniert nicht Aber ich brauche hier halt noch irgendwas Oh! Gib mal den, äh, Würfel Ich brauche den Würfel Ich musste mitnehmen Warte, ich komm wieder Ich nehm den Würfel mit Warte mal, dann kommst du aber nicht mehr nach... Achso, dann bist du einfach noch mal nach... Ja, ich komm wieder, ich komm wieder Der geht doch dann auch kaputt, ne? Ne, der geht nicht... Achso, ja... Warte mal, ich kann mich hier vorstellen und dann nimmst du den direkt Gib mir den Würfel Ich halte den in der Hand und dann hältst du... E-A-E einfach gedrückt oder so und dann nimmst du den automatisch Also... Also ich muss jetzt den Linksklick machen, dann schnell den Würfel hier vor die Schräge halten, damit du den fängst Beim Durchfahren Okay, ich spam dann einfach eh... Okay, ab jetzt Nicht spammen, dann lässt du den ja auch irgendwann los Ich hab's gefehlt Das falsche Portal gesetzt Das war Bonobo Was? Ja Es geht nicht, lol Oh Ich glaube, es geht viel zu schnell, ich hab gar keine Zeit hier zu sein Das kann ja auch nicht funktionieren Moment, kannst du... Hm Können wir uns hier einfach noch einen zweiten Würfel nehmen? Ja, der verschwindet dann Das ist schlecht Oder? Warte mal, probier mal Aber dann stell dich ja oben hin, um ihn zu fangen Ah, der geht kaputt Okay Okay Jo 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 Also gut, wir kommen mit dem Würfel nicht rüber So Was würde denn passieren, wenn ich den Würfel oben durchs Portal fallen lasse? Ah ne, also muss das ja auch wieder schräg sein Oh man, ey Vor allem haben wir das extra unter der ekelhaften Schräge gemacht Was ist das für eine schwere Kacke hier? Fuck, Alter Ich will auch mal rüber, mach mich mal rüber Ja Ich muss das gelbe umsetzen Hier muss rund rein, hier muss Würfel rein, was ist das? Ja Ja Da ist das Das macht die scheiß Wand weg Da ist der Laser Hier kommt Laser raus Da ist ne Wand Zu der man sich teleporten könnte, wenn dieses blaue Kram weg wäre Ja Leg mal den Würfel da drauf Ich kann dich doch von hier auch rüber schießen Ja, mich Wie geht das? Na stimmt, kannst du ja Warte, ich muss erstmal Portale setzen Warte mal Warte mal, der ist nicht mit dich Mach mal dein rotes weg Jetzt Oh, das ist hart schräg So Jetzt da muss einer hier mal drauf stehen bleiben Ja Damit ich hier durchgehen kann Dann mach ich da ein Portal Da drüben eins Und ähm Ich geh jetzt zurück Erstmal rüber, dann kannst du ja den Würfel erstmal holen Nein, du kannst doch einfach nach rüben schießen Ich brauch doch gar keinen Würfel da Ja Ah doch, brauch ich wohl, ja Klar brauch ich den Ja, den kann ich auch mitnehmen Aber warte mal Nein, den kann ich noch nicht mitnehmen Ich muss ja hier hoch und irgendwo runter fallen Damit ich hier Jetzt da rein fliegen kann So, der Würfel muss ja drauf fliegen bleiben Sonst komm ich ja nicht über die Barriere So, jetzt fall ich da oben drauf So, jetzt haben wir einen Laser So, jetzt äh Bleibt der Firma? Ja, jetzt kann ich den Würfel holen, weil ich nicht mehr springe Ne, doch Ne Ja doch Ne, den kann ich nicht Ja Ne Muss ja trotzdem mal eine Barriere vorbei Ich hab mal hier gar Ja, wenn ich den jetzt wegnehme ist die scheiß Barriere, komm ich ja nicht mehr hoch Du hast doch hier Du hast doch hier drüben noch Der Portal Hallo, da hast recht Guck mal, der muss ja gar nicht hier hin sein Nein, der muss da vorne Nein, da muss ein normaler Würfel rein, da muss der Würfel rein, der da drin ist Dann brauchen wir trotzdem, ja Echt? Die gelten nicht als normale, das sind nur diese Weiterleitungsdinger Ne, der muss wieder rüber Wart mal, welches waren das jetzt hier Mit dem muss ich jetzt hier nach oben Du kannst wieder herkommen Ne, ne, musst du dann zu nicht Ne, wir brauchen noch einen Laser Ja, genau, fuck ey Dann leg den Würfel hier hin, wo ich stehe Nein, wir Brauchen keinen Würfel Doch, dann kann ich mich auch frei bewegen, dann muss ich ihn nicht Wir brauchen den Würfel da oben, um den Laser weiter rumzuleiten Ich brauche hier nur ein Portal, das muss jetzt für immer bleiben So, jetzt kannst du runtergehen So, das darf ich nicht wegmachen Müssen wir wieder alles neu machen So Jetzt muss ich mal hier drauf stellen, damit ich den Würfel da durchgehen kann Ne, warte mal Ah doch, guck mal hier Na, so Ne, eigentlich ist das dumm Du musst nach oben, weil ich Muss ja den Ding entschießen Geh du mal nach oben So, ich muss ja hier unten mein Portal setzen Ich kann das ja nur hier unten machen So, du musst jetzt nochmal gucken, wie du da Du musst hier das Ding mal aktivieren Einfach so Einfach so Mh Was macht das? Bleibt das für immer? Ne, ne? Loll Du musst den halten Warte mal Warte mal, doch halt mal Dann kann ich mir den Würfel hier holen Dann gehen hier diese Dinger weg Hast du? Warte, ne? Aus Ja, jetzt habe ich Nur Jetzt Setzt das Ding mal ein Stückchen weiter nach links von mir ausgesehen Wo bist du denn? Also ein Stückchen weiter zu den Lasern Noch ein Stück Ah, ne, das reicht Okay, das ist hier für Das da ist Aber die gehen dann wieder weg, ne? Du musst, du musst hier hochkommen Alleine kann ich das nicht Oder das stehen Doch, ich kann ja hochkommen Doch, ich kann ja hochkommen Ja Crazy, amazing, Junge Hä? Du musst sprengen und ich muss das Ding dann wegmachen Oh, der war aber knipkig, Alter Aber jetzt musst du wieder zurück, warte? Peter! Du, hä? Du, ist alles aufgehört Woah Woah, ich habe mich nicht bewegt, ey Ist meine Portale weg Ekel, ich hoffe ich Lionel nicht mehr Doch, ja Ich hab kein Laser mehr Neee Ich muss ja auch wieder ... Woah Bleib doch da oben Ich muss doch auch mit rüber Sonst kommst du, kannst du das Portal doch nicht hin und her schließen Ey du musst doch trotzdem erstmal rüber Ist richtig Woa всегда Bäh-bäh! Bäh-bäh-bäh-bäh! So... Den vorrufen wir und wieder weg. Fuck, ne doch, das war richtig. Hä? Was? Na eben voll ging ein Knall. So... Vielleicht sollte ich den Laser halten, der... ...die Portale hat. Dann kann ich nicht drauf gehen. Und du springst. Okay. Weil wenn du dann fällst, dann sind die Portale nicht wieder weg. Ups, Alter. Hä? Alter, der reagiert... Hä? Was ist das für ne Scheiße? Ja, ich scheiße, ne? Bitte, Kackelein, ey. Aua. Ups. Lauf halt mal ganz normal. Ne, ich nehm... Ich nehm mal auf den Springern. Überde. Fangen. Boah, voll aufm Kopf gefallen. Okay, ich spring dann wieder. Boah, Junge, das reagierte mal nicht, ey. Das ist voll schwer. Ja, ach! Sag es nicht! Okay, ich kann einfach daneben halten und dann brauche ich nur ganz kurz bewegen. Ja, genau. Aber das habe ich immer auch versucht, halt auch nicht wirklich. Puh. Das Geräusch, Alter. Hallo? Moin ich mich töten? Ich muss den doch... Spring doch rüber. Ich muss den doch gerade halten, so. Boah, ja, so ist das einfacher, ey. Alter, hallo. Ich steh doch drinnen, Mann. Willst du mich rollen? Das ergibt so keinen Sinn manchmal. Äh... Was müssen wir... Jaaaa! Jetzt können wir den Würfel mitnehmen, ne? Oder brauchen wir den hier oben doch? So, den können wir jetzt nämlich... Jetzt lass mich erstmal rüber. Den können wir jetzt nämlich hier drauf. Den brauchen wir nicht mehr. So, aber den Viereckigen brauchen wir ja. Ne, Moment. Ja doch, du musst rüber. Äh... Ja doch, ja, ich muss rüber, aber ohne das Ding hier. Die Dinger müssen aber nach drüben. Aber da... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Das machen wir dann gleich mit Portalen. Ich muss sagen, du kommst dann mit mir rüber und dann machen wir das mit Portalen. Kann ich nicht hier einfach durch mein normales Portal gehen? Ohne zu sterben. So, wenn das noch da ist, dann können wir das machen, ja klar. Äh, warte, ich mach mal hier ein anderes hin. Warte, ich mach... Du kannst jetzt mir einfach... Du kannst mir jetzt hier einfach angeben. Ja, du musst aber mit rüber kommen, damit die Barriere hier wegmachen. Ja, ja klar. Nein! Nein! Was machst du denn? Ich hab eh gedrückt und voll den Ball loslassen und du hast mir einfach aus der Hand genommen. Ich hab doch selber ein Ball in der Hand gehabt, das kann gar nicht sein. Nee, du hast mir den Runden weggenommen. Hä, ich hab denn die ganze Zeit in der Hand gehabt? Nein, du hast es... Oh nein, oh! Den Runden hab ich ja mitgebracht. Okay, warte, der Viereckige war aber nicht so schwer. Oh man... Ja, der Viereckige war halt mit dem Laser... Wieso gehst du nicht einfach durchs Portal? Na, gute Frage. Warte mal, was müssen wir denn dazu nochmal machen? Ja, du musst das da... Ich muss hoch. Moment, ich brauch den Laser. Oh... So ein Dreck hier, Alter. Da komm ich aber nicht mal zurück. Oh, jetzt hab ich nicht sterben. Alter, geh weg, Alter. Scheiß Ball, geh in die Ecke. Aua! Aua! Hey, soja. Tu ihn ein kompetentes Stück, du... Nee, 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 war nicht meine Schuld. Du hast eh gedrückt und hast mal den Ball weggenommen. Oder hab ich auch nochmal eh gedrückt und hast du das Ding aufgenommen. Ich hab nix eh gedrückt, Alter. Ja, hast du eh gedrückt. Du hast den runden Ball aufgenommen, den ich hatte. Kommen sie her. So. Jetzt geh ich durch. So. Es gibt ran hier. Ich kann auch selber rollen. Ich glaub wir müssen den anderen doch noch rollen für die Treppe. Ja, mach ich gleich. So gehst du nicht einfach durch die scheiß Portale, Alter. Nimmt sich glaub ich nicht viel vom Weg. Äh. Olle, olle. Hä? Geht's noch weiter? Boah, ja, Polski, Alter. Trocodile Alligator, die war ganz cool. Ja, die war echt ganz cool. So. 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 So.